Und es geht pünktlich los. Homburg, wie schon gesagt, in den grünen Trikots in dieser ersten Halbzeit von links nach rechts. Die Gäste gänzlich in den schwarzen Auswärtstrikots. Können sich lösen und bleiben im Ballbesitz. Angriff jetzt über die linke Seite, über Futkeo. Der steckt den Ball durch und dann geht es ins 1 gegen 1 gegen Meier, aber der bleibt Sieger. Auch wieder Seitenverlagerung probiert. Da ist Hofmann, der nimmt den Ball super runter, bringt ihn flach. Jetzt vielleicht mal Platz. Mändler steckt durch auf Hofmann. Der wartet etwas zu lange. Nächster Angriff jetzt der Homburger. Wieder Mändler, bringt den Ball auf die rechte Seite raus. Steinmetz kann den noch erreichen, legt zurück auf Hofmann. Der mit dem linken Fuß zieht er einfach mal ab und knapp am Tor vorbei. Da war noch ein Frankfurter. Mändler mit dem linken Fuß steht bereit, bringt die Ecke rein, kommt lang und länger. Da legen sie zurück. Harres zieht ab und trifft die Latte. Ball liegt bereit. Freistoß ist freigegeben. Weirauch läuft an und Pfostentreffer. Ball bleibt heiß. Weirauch mit der nächsten Flanke von der rechten Seite. In der Mitte kommen sie mit dem Kopf dran. Und dann ist es das 1 zu 0 für die Homburger. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, das war kein Abseits. Und das dürfte Benjamin Kirchhoff gewesen sein, wenn ich das richtig sehe. Da kommt der Ball nach der Kopfballvorlage zu ihm durch. Hoher Ball, den können sie festmachen. Harres mit dem 2 zu 0 für die Homburger. Aus der Drehung. Und dann sauber versenkt. Mändler, der da hoch geht ins Kopfballduell. Das Kopfballduell noch verliert, aber dann springt der Ball direkt zu Harres. Wenn ich das jetzt hier richtig sehe, machen sich gerade schon zwei weitere Einwechselspieler bereit. Das Ganze während eines ersten Kopfballs. Und auch der geht an den Pfosten. Nächste gute Flanke. Und auch da muss Meier nochmal springen. Abschluss jetzt. Und es wird knapper. Nochmal übertroffen wird. Nächster Kopfball. In einem Highlight-Spiel, wie schon seit langem nicht mehr schön gelöst jetzt nochmal. Da ist Davridis, der hat den Ball auf ihrem rechten Fuß. Legt raus zu Eisle. Der kann abschließen. Nochmal Abschluss. Und wieder an den Pfosten. Und den gibt es noch nicht mehr. Lukas Heim pfeift ab. Der FC Homburg gewinnt 2 zu 0. Und ist über Nacht. Spitzenreiter. In der Regionalliga Südwest. Und dementsprechend im Soll. Untertitelung des ZDF für funk, 2017